Die neue Welle. Zehn Fragen in 60 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Legen wir los. Dein Lieblingsessen? Dampfnudeln. Dein Lieblingsgetränk? Stilles Wasser. Oho. Mit wem wolltest du schon immer mal zusammenkicken? Mit Mario Iggemann. Dein Lieblingsauto? Ein Audi Q7. Dein Lieblingsschauspieler? Matt Damon. Dein Lieblingsmusiker oder Lieblingsband? Three Doors Down. Okay. Was ist dein Lieblingsfilm? Jason Bourne. Hast du ein Haustier? Nein. Wenn du eins haben könntest, was soll es dann sein? Fisch. Okay. Ganz still. Wo machst du am liebsten Urlaub? In Österreich. Und wo trifft man dich in Karlsruhe? Lieblingsfleckchen? Im Schlossgarten. Hast du es schon geschafft. Zehn Fragen in 60 Sekunden. Mit unserer Nummer 4, Martin Stoll. Jawohl. Dankeschön. Wackers KSC Show bei der Neuen Welle. Immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr. Und zum Nachhören als Podcast auf dieneuewelle.de.